Die LOOP SK03, jetzt auch mit Nischa LED. Hier sieht man es an der Farbe der LED. Die gelbe ist eine Philips LED, cool weiß und die andere ist hier eine Nischa LED und da zeigen wir mal kurz wie da die Lichtfarbe im Unterschied ist, da ist die Farbwiedergabe halt besser. Hier sieht man auch mal beide nebeneinander, kann man sich dann so vorstellen. Jetzt bei uns im Shop LOOP SK03 auch in Nischa LED.